Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tuff, TED am Freitag. Viele fühlen sich unwohl, wenn sie von Menschen sprechen. Feuchte Hände, trockener Mund, Herzrasen. Einige sagen dazu Nervosität, andere nennen es Lampenfieber. Joe Cohen sagt dazu Stagefright und er meint, your nervous system is an idiot. In seinem wunderbaren TED-Talk vorrät er Ihnen, wie Sie zukünftig damit umgehen können. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar, wenn es Ihnen gefallen hat. Ihnen einen schönen Freitag und kommen Sie gut rüber.